Diese Straße führt direkt zu unserem Landekopf Omaha. Die Invasion wird fehlschlagen, wenn es uns nicht gelingt, diese Straße unter unserer Kontrolle zu bringen. Um die Straße zu sichern, müssen wir folgende strategisch wichtigen Punkte einnehmen. Überall entlang dieser Straße wurden deutsche Patrouillen gesichtet. Wir brauchen schwere Waffen, wenn wir sie ausschalten wollen. Dank unserer Luftaufklärung wissen wir, dass die Deutschen hier ein Waffenlager haben. Vielleicht können wir uns dort ein paar schwere Waffen besorgen. Ja, dann... Schön. Wenn wir uns mit einer ganzen Kolonie ihre Halftracks anlegen wollen, sollten wir uns gut vorbereiten. Einige landen ihnen und ein paar Hindernisse sollten gewinnen. Warum kann ich jetzt keine Verstärkung? Ach, Mann. Kann ich die jetzt... Dann rüste ich die jetzt mal aus. Jawohl! Feindliche Einheit hier, Ranger. Kümmern wir uns um die Zielposition. Und wir nach! Boah, wir haben schon... Okay, 23 von 22. Gut. Na dann... Mal schauen. Das Tauder war auch so ewig, bis ich die eingenommen hab. Also sollen wir jetzt erst hier hin. So wie ich das mitgekriegt hab, sollen wir erst hier hin. Und dann die Straße einnehmen und dann das Flak ausschalten. Nichts leichter als das. Mh, Bazooka. Aha. Ziele einnehmen und dann würde ich sagen, machen wir erst mal das hier. Und dann legen wir ein paar Minen. Hier verlegen sie hier Minen. Das soll ich einnehmen. Also soll ich jetzt erst mal die Minen legen. Ich hab gedacht, ich soll mir Munition holen. Okay. Warte mal. Haltet Ausschau nach den Krauts. Setzt euch endlich in Bewegung, Igels. Minen bereit. So, dann legen wir ein paar Minen. Genau. Ich hoffe, das reicht. Oh man, die sind doch noch nicht fertig. Und jetzt? Ja und jetzt? Da lang? Ich hab gedacht, ich soll das jetzt einnehmen. Ja, ich nehm das jetzt einfach mal ein. Hier liegen meine Minen. Wo denn? Ach, du heilige Scheiße. Komm schon. Oh meinst, Truppe. Wo ist Ohmaris Truppe? Ah, da. Okay. 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 BAM! Und noch keinen dabei verloren. Schön, dann würde ich sagen, zwei hier einnehmen und die anderen zwei hier einnehmen. Gut. Wo werden wir angekommen? Oh, oh. Patrouille vernichten. Dann muss ich den einnehmen. Gut. Da kann ich noch einen hinzufügen. Und da kann ich... Das muss innerhalb des miteinander verbundenen Territoriums. Okay, dann muss ich erst warten, bis die hier eingenommen haben. Und dann... Jetzt dürfen... Ja, die hier bauen und... Hä? Muss miteinander... Oh, man. Wählen sie diese Gruppe aus. Ja. Okay. Jawohl. Jawohl. Die Deutschen erwachen uns. Tss, tss. Alles klar. Ja. Haltet uns schon mal den Krass. Lass uns gefahren. Lass uns gefahren. Lass uns runter. Knall sie ab. Knall sie ab. Knall sie ab. Knall sie ab. Feuer. Scheiß. Und lass sie denn. Feuer. Ich hab kein gutes Gefühl bei der Sache fahren. Hier nach. Bewegung. Das verbandst du hier nach. Bewegung. Bewegung, Leute. Los. Ich tränke keinen mehr. Ich tränke keinen mehr. Ich tränke keinen mehr. Ich tränke keinen mehr. Und dann... Ach komm, das muss doch nicht sein. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Sie greifen eine unserer vorgelagerten Schnellemonten. Wollen Sie erobern. Ach, wir. Wir haben die beiden eigentlich ausgefallen. Keine Chance. Würde ich mal sagen. Warte. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Eine der gesicherten Sektoren. Wir werden die Fähne. Komm schon. Das breit ja alles nur... Ah. Es nähert sich schon wieder. Ja, ich hab doch gerade erst... Wir sind immer da, wo es reichen auf! Männer, geh die Igel nicht! Nein! Wir veranstalten hier ein heißeres Ziel schießen! Wir erleben diese Schweine! Zeit nehmen! Wir haben die Einheit ausgefallen! Nein! Männer, geben die Igel nicht! Nein! Ey, der überfährt mich. Gott verdammt Was ist das endlich? Fallschirmspränger verliehen Oh, okay Oh Ein bisschen schneller, wenn es geht Komm schon Boom Gut Heilige Scheiße geht das hier ab Was ist da denn? Da blinkt Ja, da stehen immer noch die Gegner Kann mir aber egal sein Ja So sieht es aus, wenn man es richtig macht Ich sichere das jetzt einfach nur Keine Lust Wird produziert Jawohl Mann Komm schon Ah, Gott sei Dank Alle Flugabwerke Scheiße Nur noch einer So, jetzt können wir es einnehmen Okay Was war denn Das jetzt Okay Äh Ja Entschuldigung Aber es hat sich bei mir geöffnet Mein Antivirenprogramm Du nimmst da bitte ein Mein Gott Was ist das? Was sind immer noch die? Das kann mir eigentlich Egal sein Ich hätte das MG mitnehmen können Aber Nee Nur noch Straßen sichern Und Flugabwerke Schütze Zerstören Gut Ja Und noch eine Und noch zwei Flags Oder eine Ja Nein Zwei Flags Hab ich doch gesagt Was ist das? Vorwärts ranger, Bewegung! Okay Männer, ihr kennt euch! Herbom ranger werden beschossen! Lass ihn von den Knacken! Wieder nach! Wieder nach! Wieder nach! Feuer! Verwärts, Männer! Schau! Nein! Immer wieder aufs Fall! Verwärts! 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 Wieder nach! Wieder nach! Wieder nach! Wieder nach! Wieder nach! Wieder nach! Weiter nach! Wieder nach! Reifluft zuerst ranger! Los! Dann kann man das nicht Tief schießen! Achtung! Achtung! Batterie ist verschossen! Achterie! Was?! Beschlossen doch eingeleitet! Was haben die das eingenommen? Oh mein Gott. Au. Scheiß Messer. Meine Güte. Was? 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 die aber ich habe die die hat Nicht genügend Ressourcen. Okay. Jo.